Hallo und herzlich willkommen, ich bin umgefahren worden zu Wobbly Live. Ach, bleib, muss ich stehen. Ich bin auch schon auf dem Weg. Ich hole sie ab. Ich meine auch nicht dich. Aua, bin gegen ein Haus gefahren. Oh, da fährt er. Moin. Moin, deine Fenster sind gerade irgendwie kaputt gegangen. Nee, nee, das war schon. Fang mich doch, fang mich doch. Okay. Oh Gott, ich hatte einen Leck. Ich bin komplett abgedürftet. Die Ampel wird rot. Nicht nur das, die Brücke ist gerade hochgegangen, ne? Nee, die ist für mich noch unten. Ja, bei mir ja auch. Oh, ich bin gegen die Pizza gefahren. Hm, das ist blöd gelaufen. Korrekt. Hä, wo ist der denn schon wieder? Ist der im Hochhaus? Nee. Ich bin ein bisschen stark. Ich bin in Gefahr. Nee, dir helfe ich nicht mehr. Wie du siehst. Oh, da oben ist aber ein Geschenk. Ja. Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut mit den, ähm, mit den Buttons. Also man muss da scheinbar wirklich verschiedene Buttons finden. Oh. Und auf jeder Insel wäre irgendwie einer. So müsste fünf sein. Warte mal, da gibt's fünf Inseln. Ja, ich muss jetzt erstmal die Karte schließen. Oh, du hast mich tot gefahren. Ja, hast du verdient. Ey. Äh, 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 äh. Ich fahr' ich wieder mit dem Dreirad. Ja, nochmal. Ich fahr' mit dem Taxi. Oh, Taxi-Job können wir machen. Oh, ja. Mich kriegst du nicht umgefeuertet. Doch. Ich hab' Power wie Scheiße, Rums. Haha. Sag ich ja, ich hab' Power wie sonst was. Also irgendwie. Oh. Also ich stehe immer noch. Ich weiß nicht, was du machst. Bei dir geht die Scheibe kaputt und ich fahr' doch so schnell wie sonst auch immer rum. Oh nein. Oh, halt der Fett. Hallo, Sir, aussteigen. Mein Auto. Oh. Bus, ja. Den Bus klaut. Okay, der Busfahrer steht jetzt auch im Bus. Oh nö. Und tschüss. Hi. Moin. Moin ich nicht. Wo ist denn der Taxi-Job überhaupt? Wo ist denn der Taxi-Job hin? Lass mal Taxi-Job machen. Ja, wo ist der denn? Ach, ich denke, das ist ein Taxi-Schild. Also nur in ein Taxi einsteigen. Nee, da ist ein Taxi-Schild auf der Karte. Ja, gibt's auch. Aber du kannst auch in ein Taxi einsteigen und dann wird's angezeigt. Nee, das wär' ja mies. Nee, das wär' ja praktisch. Aber kannst du in einem Auto fahren. Äh, warum denn? Weil man dann sieht, wie der andere fährt. Hä? Ich aber gar nicht. Okay. Äh, also dem ist mein Job schon angenommen. Ja, okay, dann mein er auch. Wie geht denn das? Wir mussten die Leute da abholen und dann da hinfahren, wo die hinwollen. Ich muss die Leute einfach nur totfahren. Meinst du wohl? Auch praktisch. Ja, gut. Ich hab dich nochmal kurz angefahren, ne? Abgefahren. Angefahren. Nee, nee, sehr abgefahren. So, die ersten hab ich. Ja, ich hab auch schon die ersten drei Dollar bekommt man pro Person. Ich hab viel bekommen. Die Warmel wird's mehr zufrieden. Ja, bei mir ist grad die Scheibe kaputt gegangen. Hat auch viel gegeben. Moin. Also bei denen, die einen Sprung erlebt haben, haben wir jetzt eine kaputte Scheibe haben. Die haben sich auch gefreut und haben mir viel gegeben. Kann sein, dass mein Taxi gleich kaputt ist. Das wär' nicht so gut. So, sie müssen sich ein bisschen gedulden. Wir haben grad, ähm, eine Panne. Ja, ich hab doch einen drei von fünf weggefahren. Warum, 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 warum werd ich hier gescampt? Ne, oah, der hat mich angeweint. Ey, wo will der hin? Der will ins Wohnviertel. Boah, das sind drei Leute. Ach, scheiße, wo wollen die denn hin? Kommt ihr vollen, Leute. Für euch nehm ich sogar extra jede Ampel mit. Alter, wir tanken die Qualen schon, scheiße. Weiß noch nicht. Boah, ich bin voll gegen die Person, die ausgestiegen ist. Ups. Ja, war ein Versehen. Sorry. Tut mir absolut leid. Auf jeden Fall. Wo sind die denn? Ah, das ist... Ah. Werden, ich nehme sie mal rückwärtsgang mit. Nehmen sie? Ja, nehmen sie. Gute Dame. Wo wollen sie denn? Eins noch. Eins habe ich noch zu tun. Ein Job. Okay, sie wollen ins Wohnviertel, oder was? Magmoselle, wo wollen sie denn hin? Oh, der letzte, den ich wegfahren muss. Und wie viele halbe Minuten hast du noch übrig? Ich habe noch eine Minute, ist genau. Gut. Mein Job ist complete. Und fertig. Taxi-Triber-Cloth, ist cool. Ah ja, habe ich auch. Perfekt. Nehme ich mir direkt mal ein besseres Auto. Oh, da ist der Zug. Gute in den Gefahr. Ich bin hier die ganze Zeit in dem Wohnviertel rumgegurkt. Meine Güte, das Auto hat irgendwie sehr viel Kraft. Ja. Oh Gott. Aber auf der Schiene geht es direkt kaputt. Cool. Ist das nicht ein Bahnhof oder sowas? Ei, 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 ein Flip. Und gut. Nein, hier unten ist kein Bahnhof. Oh, komm. Ich kann den Zug nach oben. Nehme ich? Doch, hier ist ein Bahnhof. Zug stehen geblieben. Ich muss einsteigen. Ich muss dich entern. Nein. Jetzt muss ich mich wegdangeln. Bis zum nächsten. Halt. Willst du mich veräppeln? Du bist direkt vor meiner Nase weggefahren. Frechheit. Ich will Zug fahren. Wow, was ich für Muskeln habe. Ui, der Rüttel, aber ganz schön, muss man langsam, dass man nicht in die Räder gerät. Ups. Mein Versehen meine ich natürlich nur. Ja, Chuchu, Chuchu, was hat hier eigentlich geladen alles? Na, ich, wahrscheinlich Kohle. Passagiere, die nicht wandten sind. Hi. Moin, ich sehe dich auf der Karte. Ich sehe dich nicht. Ich fahre hier mit dem Au. Mit dem Au? Ja. Ach, da unten. Ja, ich sehe dich. Ich fahre jetzt gerade über die Brücke. Ja. Kann dieser Zug bitte mal anhalten? Chen, ich möchte mich nicht andauernd hier dran hangeln müssen. Bitte lass mich in Frieden. Ich will auch mit fahren. Nee, du wirst nichts liegen gelassen, wie du siehst. Ich merke es. Fahren kannst du noch, auch gut. Rückwärtsgang. Alter, nicht so schnell. Siegern mit offenem Gate. Und vorbei. Und ein Motor qualmt. Oder kommt eine Brücke. Oh nein. Nein. Oh je. Bist du? Liegst du inzwischen auf der Seite? Nee. Okay. Dein Auto brennt. Oh nö. Der hält eh hier. Oh, alter. Ich, ich, ähm. Komm, komm, komm. Jetpacks. Komm, bleib stehen, bleib stehen. Ja. Ich komm zu dir geflogen, wenn ich es schaffe. Das ist so. Ah, ich kann ihn steuern. Ich komme zurück. Das geht gerade nicht so gut. Je nachdem, wie man den nimmt. Wollen sie einsteigen, sehr? Ja. Warte mal, woher hätten wir? Ach, hat er nur überhaupt nur zwei Stops? Ja. Oh Mann. Was wollen wir denn als Job mal machen? Ähm. Was gibt es denn hier? Garbage-Job. Dann fahren wir da vorne mit dem Zug hin, dann fahren wir weiter. Also fahr einfach. Wo muss ich denn? Ach, äh, der Müll-Job. Hatten wir den nicht schon mal gemacht? Nee. Dann steigen Sie ein. Ich sehe ein Geschenk durch die Wand. Hä? Cheetah! In dem hinteren Zug-Ding. Okay, gut zu wissen. Nach der Kurve aus der Brücke aussteigen? Ja. Oh je, ich hänge auf den Gleiten. Ich laufe. Nein, ich komme schon zurückgefahren. Ach so, du bist aber ein netter Kerl. Nein. Ich hänge unter dem Reifen. Digga. Aber du bist auch drin, oder? Ja. Perfekt. Und einmal stoppen. Bist du raus? Ah, daneben. Jetzt könnte ich ja nicht wieder drunter. Ey, ich will doch mal ein Geschenk haben. Wenn du das Geschenk hast, steig ein. Bei mir vorne. Damit ich... Nein, bei mir vorne. Damit ich das auch holen kann. Wäre sonst irgendwie mies. Ja, mache ich. Meinzen. Und tschüss. Bleiben Sie stehen! Hallo, da! Die wurden offiziell gescammt. Ich laufe noch mit. Oh Gott, ich hänge unter den Reifen. Bleib stehen, bitte. Ich will doch auch nur das Geschenk holen. Oh, nein, nein. Du, du... Wiesling! Was ist das denn? Hallo? Ich hänge im Reifen. Der Re... Das Reifenlager dreht sich in meinem Kopf. Sei aber wirklich mal bitte stehen. Nein! Was bist du denn für einer? Oh, nein. Hallo, lass das. Ich hab's doch schon. Tschüss. Ich mach jetzt den Job. Oha, was ist das denn? Hier kann man fliegen. Ja, heizluftballon. Ach, das Ding ist cool. Oha. Der ist ja geil. Alter! Ja, da oben steht noch eins auf dem Ding. Der hat kein cooles Dance machen. Ach, hier ist schon der Milchub. Oh. Ja. Oh, das würde ich nicht empfehlen. Was ist denn das hier? Ja, ich bin ein bisschen buggy. Ja, nochmal. Hallo, hallo, hallo. Nicht in die Kanone gehen. Nee, kann ich nicht gehen? Oh ja, ich kann die Tränen. Kannst du benutzen, deswegen. Ja, guck mal, wo ich bin. Ach, scheiße. Verfliegt was? Ja, das hab ich eben genutzt, um eventuell hoch zu fliegen. Ja. Hilfe. Ist das schon unten? Oh Gott. Auf einmal hat sich der ganze Zaun bewegt. So eins rein. Ja, ich bin eventuell schon da. Hi. Hallo. Willeck Trash. Alter. Wir müssen ja den Müllauto, glaube ich, fahren. Oh. Aber du mal mit dem anderen. Ich wollte gerade sagen, der nimmt mir doch zwei. Der Karte steht drauf, wo Trash ist. Guck mal auf die Karte. Ah, in dem kleinen alten Wohnviertel. Okay. Also bei Oma. Oma hat Müll gemacht. Oh nein. Oma hat wieder Kacke gemacht. Noch ist mein Fenster ganz. Ich hoffe, der Zug kommt mir gerade nicht entgegen, weil ich benutze eventuell dem seine Spur. Ja, mein Fenster ist gerade ein bisschen geplatzt. Welches Fenster? Und jetzt habe ich ein paar Dellen auch noch drin von. Ich meine natürlich, das ist Kosmetik. Irgendein Typ blabert mit mir. Ich bin in einem Müllauto, Bro. Ich will nicht in eine Höhle. Danke. Oh nein, hier ist die Brücke wieder Buggy. Letztes Mal. Irgendein Job zu tun. Ach, hier liegt Müll bei dem Dude. Ich steige aus. Die Train Station hat auch Müll. Oh. Wie mache ich das jetzt hier rein? Ah, kann ich das hier drauflegen und das fährt dann hoch? Ah. Ja, das ist gut. Oh, da war ich ja schon blöd. Da geht's. In der Nähe muss Müll sein. Ja. Da rollt der Müll. Oh, mein Motorquart bereits. Ungünstig. So, ja, hallo. Drauflegen, ja. Und dann Knöckchen schrücken, oder wie? Ja, wenn du das dahin draufgelegt hast. Oh je. Okay, dann hast du 3 von 6. Oh, ich hab 3 von 6 Thresh schon collected. Ja, ja, weil ich 2 hab, du hast 1. Ach so, das zählt zu 1. Ja, ja. Smart. Haben wir 4? Ja, die anderen 2 sind auch noch hier unten. Ja, ich weiß. Möglicherweise bin ich gerade ein bisschen stuck von was unsichtbarem gewesen. Das sind 19. Hey. Mein Müll. Nein. Das hat doch drauf, man. So Müll. Genau. Trash. Und das ist ja mein Müllauto. Drückt auch die Knopf. Ja, die fahren mein Müllauto an. 60 dollar mein geld wo ist denn oma in welchem haus ist immer hier dem roten und das geld machen wir halbe halbe wird das nächste mal du nimmst die arbeit ich denke halt ich meine gewalt tatsächlich in luft verwandelt der gewalt achte meine güte ein gehalt so ja das gehalt war so hoch dass wir uns leider die folge nicht mehr leisten können und aufhören müssen wir sehen uns in der nächsten folge von boppi lalalala live mit einem springenden kleinen jannis wir müssen noch diese teleskops suchen wenn nacht ist das könnte man machen ja können wir in der nächsten folge machen tschüss tschüss tschüss